Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Aktuell suchen wir Schalke immer noch nach einem neuen Trainer und da gibt es wohl einen Kandidaten, der durchaus passen könnte. Und zwar Trainer Kosta Runjajic, denn der sucht ab dem Sommer eine neue Herausforderung. Er gab vorgestern nämlich bekannt, dass er den polnischen Tabellenführer Pogon Stettin, den aktuell trainiert, zum Sonne verlassen wird. Natürlich ist auch da die Frage, geht es dann vielleicht im Sommer zum S04. Zumindest wird in polnischen Medien genau darüber spekuliert und da gibt es dann zwei Vereine, die ganz explizit genannt werden. Zum einen Legia Warschau und wir Schalker. Kosta Runjajic, kennt man ja vielleicht schon aus Deutschland, hat mal Kaiserslautern wie auch Duisburg trainiert und der wurde ja auch damals schon, als Kramotzen entlassen wurde, von der WAZ ins Spiel gebracht. Und das ist sicherlich ein durchaus interessanter Name. Kosta Runjajic ist ein relativ erfahrener Trainer, den wohl auch Huven Schröder durchaus schätzt, nicht mehr, nicht weniger. Aber dazu könnte eben auch passen, dass der Schröder mal darauf angesprochen wurde, ob zum Beispiel ein junger Trainer wie Bartosz Gaul ein Kandidat ist. Und da sagt er ja zu, da werden andere Kandidaten vorne sein. Aber laut Sky gibt es dazu ein Update, denn Dirk Große-Schlamann, der Sky Reporter, sagte, unsere Recherche hat das nicht erhärten können. Scheinbar hat der 50-jährige Österreicher zwar einen neuen Job, aber nicht in Gelsenkirchen. So das genaue Statement von Dirk Große-Schlamann. Also, Kosta Runjajic ist ab Sommer auf dem freien Markt. Er könnte von seinem Portfolio durchaus zu Schalke passen, aber vielleicht geht er auch zu einem anderen Klub und nicht zu Schalke. Eure Meinung dazu? Geh mal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.